Diese hier zum Kauf angebotene Zwei-Zimmer-Wohnung befindet sich in Wenningstead. 1995 wurde das Mehrfamilienhaus erbaut. Das Objekt verfügt über eine Einbauküche sowie einen Parkplatz. Bei einer Wohnfläche von ca. 40 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Wohnung auf 375.000 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung.